Ich habe heute getroffen die beste Frau der Erde und hier sein Sohn, Thomas, die beste Junge. Und geht dir gut? Alles gesund und gut? Ich freue mich. Und du auch? Ja, geht mir gut. Ich freue mich. Ich habe dich sehr vermisst. Und ich will meine Mutter sehr gute Frau, meine Nachbar. Und ich will meine Mutter. Die Frau ist schön. Gott hat sie mir Zeit zu sehen. Gott hat sie mir gefühlt. Und ich will sie dir so schön und ich will sie dir zu mir. Ich liebe dich, die Lebensmache ist schön. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich, ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Mein Schatz du bist ein Buch. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Du bist so schön. Ja, Mann, danke. Ja, Mann, danke. Danke, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Danke. Danke schön, Jungs. Die Frau sagt, Respekt, Respekt und will nur lachen. Ich lustig und ich wünsche sie von ganzem Herz Gesundheit und viel Erfolg und Äckchen und Kussikuss. Bleib gesund, danke schön. Äckchen und tschüss, Jungs. Tschüss, tschüss, tschüss. Danke schön.